Höfgen. Who the fuck is Heinz Hendrik Höfgen? Ein Multitalent ist Hendrik Höfgen. Ohne diesen Schauspieler und Regisseur wäre das Deutsche Theater gar nicht ausgekommen. Er spielte alles. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Du hast nie irgendetwas ernst genommen. Nichts außer deiner dreckigen Karriere. Unser Führer wird dem Volk die Ehre wiedergeben. Wir fragen nicht länger die Schande dieser Republik, die vom Ausland verachtet wird. Wir wollen unsere Ehre wiederhaben. Jeder anständige Deutsche verleimt danach uns. Und anständige Deutsche, die gibt's ja überall. Die gibt's sogar hier in diesem bolschewistischen Theater. Ich spüre die Katastrophe, die sich vorbereitet. Sie wird beispiellos sein. Sie wird alles verschlingen. Und um keinen wird es schade sein, außer mich selbst.